hallöchen und ein schnurzliches willkommen zurück zu lost in random wir haben jetzt ich weiß nicht eine art mini boss fight glaube ich hinter uns oder so und haben einen schlüssel jetzt gekriegt eine bronzene verzierte kreatur eine bronzene verzierte kreatur die sich geschworen hat ein ganz bestimmtes schloss zu öffnen okay das ist auch nicht einfach nur so im gegenstand sondern das ist scheinbar ein ein tier oder sowas das aussieht wie ein schlüssel dann suchen wir mal das schlüsselloch dazu waren wir nicht schon bei dir ja tatsächlich wir haben glaube ich das schlüsselloch sogar schon gefunden ach hier oben ist der oder ist das ein anderer tina trauerspiel warte ist guten tag die frau wer bist du ähm er ist ein hund in einem kostüm er ist ein roboter ein ganz toller mechanischer mann das ist gar nichts ich bin dir keine rechenschaft schuldig ich verstehe es es dürfte also gar keine würfel mehr geben also keine lebendigen würfel außer den den die königin hat ich habe keine ahnung wovon du redest ich habe sicher nicht du hast du hast eine dice ist treten nachher be careful out there love there might not be many of us left who know what you're up to but you can't fool everyone all of the time see you around kid was gut was ich will auch nicht sehen so it does speak and with the ancient dice tongue how intriguing komm schon da ist sie wir gehen pass auf dich auf lady da du dich so gut mit würfeln auskennst weißt du auch welches chaos sie entfessen können ich glaube das wird erst mal nicht passieren es wird glaube ich erst gegen ende passieren weil wir gegen die kämpfen müssen ich auch nicht oh oh da haben wir eine märchenseite na nö na na aber da kommen wir doch noch nicht rüber oh da ist noch was oh ja ich verstehe ich glaube ich verstehe jetzt muss der auf die seite und nicht auf die seite und er geht auf der anderen seite oh brücken bauen erfolg ja geil schön gut dass wir noch mal her sind sonst nix da oben das kann ich aber glaube ich nicht kaputt schießen eine märchenbuchseite äh die märchenbuchseite die zweite bitte oh oh Ja gut, aber der hat ja das schon. Es war also praktisch Schicksal, dass wir zu diesem Tal der Würfel kommen und unseren Jaisi da gefunden haben. Ich verstehe. Es war also kein Zufall. Und dieses Tal der Würfel ist praktisch der Ort, an dem alle ihren persönlichen Würfel bekommen, der ihnen ein Leben lang zur Seite steht. Nice. Gut, dass wir dann doch nochmal da hochgegangen sind, anstatt da zu sagen, oh guck mal, den kennen wir doch. Und weitergegangen sind. So, wir haben hier ein Schalüssel. So, Zwei-Stadt-Platz, Händlerstraße, Zwei-Bahn-Straße. Oh, das tut mir aber leid. Zwei-Bahn-Zwei-Stadt. Das ist jetzt wahrscheinlich die Händlerstraße oder so, ne? Wie auch immer das genannt wird. Max Petwell. Wer bist du? Uff den Punkt. Timmy Uff den Punkt. Oh man. I need inspiration. I'd trade my Gobble Gregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading. Und ich will das Kunst hervorrufen! Gubbelgregers trade ist so routine. Ich will etwas, das vorher nicht getragen wurde. Sei, du wärst nicht bereit, für das Kostüm, das dein Freund hat, oder? Ähm... Er ist eigentlich kein Kostüm. Ah, egal. Was er als ist, ist zu nah an ein Dice. Kein Markt für Dice-Kostüme. Sie sind nur so illegal und vergessen als das reale Dice. Wenn du noch etwas zu betragen hast, dann kommst du mich zu sehen, oder? Besonders etwas ungewöhnliches. Und vielleicht werde ich dir etwas tolles in Bezug auf. Bis dann! Okay, gut zu wissen. Vielleicht müssen wir den uns für später noch mal vormerken. Hilfe! Hilfe! Ich habe meine Robots attackiert! Rette Little Joe! Was soll ich das tun? Oh, hi! Wer bist du? Ah, okay. Wenn du dann sagst... Shrug! Get your breath, Shrug! Straight out of the tube! That's dinner for two! Oh! Oh! Cool Dice-Kostüme, kid! Careful you don't get arrested, innit? Get your food here! I've only heard Dice describe to me, kid, but that costume is dead on! Ja, ne? Super geiles Großtyp, oder? The heart of two town was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she heard the Junkers tell in one groft. I love the upside down town! It's a whole second two town! Das tun viele. Moment, ich dachte, du magst die, du hast deine Meinung aber schnell geändert! I have always been consistent in this. It sucks! By which I mean, it rules! Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside down town. It's beautiful and great and... I hated. Worst idea we ever had. Brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy to die one day, so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside down town. Ich geh wohl besser. Weißt du, es ist auch in Ordnung, wenn man etwas einfach nur okay findet. You know, my doctor said the same thing. The kid is so overwhelmed with the upside down of this world all the time wasn't good for me. I called him an insensitive low roller and left. But maybe this time I should listen. Ich glaub, die Stadt bekommt dem nicht so gut. Hallo. Hallo. Hallo, Boing. Das Spiel ist gruselig. Nicht gruselig in der Hinsicht. Nicht gruselig in der Hinsicht. Ja, ja. Ich komm ja schon. Das Spiel ist gruselig, aber nicht in der Hinsicht, dass das irgendwie sehr gruselig ist oder so. Sondern einfach nur... Okay. Sondern es ist einfach nur sehr strange. Nein, das war der falsche. Der hat das Ding. Da neppe! Da neppe! Da neppe! Au! Schmerzen! Ah, guck, mit zwei kann ich sie jetzt anpinnen. Äh. Äh, jetzt hab ich zwei. Ah, gut, dann kann ich mein Schwert, kann ich mir das Schwert mal gönnen. Ne, das ist der Bogen. Ist auch gut. Ähm. Das mal bitte anpinnen. Hm? Hmmm. Hahaha. Ah! Hat der den jetzt... Ich glaub, der hat den einen jetzt umgeboxt. Yeah. Ähm... Haben wir das da? Ah... Ding, 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 ding! Ding, 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 ding! Ah, da kommen noch mehr. Ciao. Weg mit euch. Au, du sollst auch wegrennen, du Jule. So, jetzt aber. Gern geschehen. Was ist ein Gubbel-Gubbel-Greger? Ich habe so das Gefühl, wir müssen zu diesem einen Typen zurück. Oh, wer seid ihr denn? Ihr seid spittinger. Induditably. We're twins. We finish each other's... Sentences. We double each other's... Happiness. We share each other's... Husbands. We multiply each other's... W-w-w-wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? Uh... Oh my God! Chill-Timer! It's double the fun! Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. Okay. Ach, da ist der Geist. Ich möchte aber noch nicht zum Geist. Ich möchte eigentlich noch mal zu dem, der diese Gubbel-Greger irgendwie vorhin erwähnt hatte. Warst du das? Ich habe ein Wort, das ich tauschen würde. Ein Wort? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Eigentlich ist es ein Satz. Schatz, ich bin zu Hause. Hä? Oh, I've heard that before. It's a common phrase and common things don't have value, I'm afraid. No, I can't do anything with that. No trade, kid. Hä? Ich dachte jetzt, die würde vielleicht dem das Wort sagen, was der andere da haben wollte gegen diesen Gubbel-Greger oder wie das Ding heißt. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Hier war der, glaube ich, ne? Wo der andere stand. Genau, ja. Okay. 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 Ich muss irgendwas finden, wo ich diesem Typen verkaufen kann, damit ich den Gubbel-Greger kriege und dann muss ich erst wieder zurück. Okay. Ich würde sagen, dann folgen wir vielleicht doch mal dem Geist, weil ich habe so das Gefühl, dass man hier sonst nichts kriegt. Und wir das vielleicht erst später kriegen. Habt ihr euch jetzt geklärt? Gut, dann nicht. Syzygy? Kann ich dem das verkaufen? Was für eine merkwürdige Stadt. Syzygy. Ich dachte, das könnte ich jetzt schon verkaufen. Gut, aber vielleicht kann ich ja bei Dere irgendwas kaufen. Die will jetzt garantiert auch wieder irgendwas Spezielles haben, das ich ihr dann bringen muss im Tausch gegen ein Wort und das Wort muss ich dann zu dem bringen und so weiter und so fort. Kann ich? Ich kann mit Dere gar nicht reden. Ja, ich möchte ein Wort kaufen. Was ist das? Zwei-Stadt-Platz? Was woppelt denn hier rum? Oh. Oh, da haben wir wieder einen Kartenhändler. Ich habe so das Gefühl, hier ist der Knotenpunkt für eine Menge Nebenquests. Hallo. Jared. Äh, klar. Ähm, wie wird man denn, wie wird man denn bitte ein Stammkunde, wenn man im Grunde eigentlich gar nichts kaufen kann, sondern erst ein Stammkunde sein muss? Äh? Ja. Du bist nicht von hierher, oder? Nö. Du musst dich verloren fühlen. Ja. Und es wäre logisch, dass ihr eine Summary von der Stadt, die sie sich in finden finden. Ich war zu das. Jeez. Ähm. Es wäre logisch, dass ich dir eine Summary von der Stadt, die sie sich in finden finden. Wie ihr vielleicht habt, haben wir gesehen, wir sind großartig in dualität hier. Ähm. 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 Jared und Jorad. Ähm. Speaking, Jorad. Split personality. Though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Ähm. Ah, keen question, suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half. But even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorad and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Einem Trunk? Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke. As anyone could clearly see, that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that, you know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response. Dare I say, cringe-worthy? Ugh, you two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Uh... Even with these fingers in my ear, that sounded like a no. But perhaps it was a yes. It's logical for me to assume that it was a yes. Hm, yes. Now then! I require three bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. But what if the bloobs don't want to be used for soups? I'm sure it makes no difference to them. They know their existence all the same. All I require is that you find three bloobs for me. And I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing. And if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Yeah, I think so. Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good. There's no stopping him. It's logical. So, you know, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Oh, nobody's going to die. It'll be fine. But I trust you and you don't need to decide now. Get the bloobs, only give them to me instead of him. Got it? Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Also, ich glaube, je nachdem, wem wir die bloobs zuerst geben, der wird dann wahrscheinlich erhalten bleiben. Und ich glaube, es, ich, 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 ich fürchte, es gibt mehrere Endings, irgendwie. Ach, das sind gar keine, okay. Das sah so aus. Oh, lass mich raten. Yep. Wir müssen also unseren kleinen Freund erstmal upgraden und danach können wir eine 3 würfeln. Oh, guten Tag, die Herrschaften. Brettspiel-Arena? Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. Du steckst in einem riesigen Brettspiel fest. Dies ist eine besondere Form von Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Das Ziel dieses Brettspiels ist simpel. Rücke mit der Spielfigur bis aufs letzte Feld vor. Die Spielfigur rückt die Augenzahl vor, die du mit Dicey gewürfelt hast, sobald du die Zeit wieder freigibst. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, erscheint eine Verlangsamungsblase. Gegner oder Geschosse im Inneren der Blase werden verlangsamt. Landet die Spielfigur hier, liegt ein Schatzvogel über die Arena. Schieße auf ihn, damit er seinen Schatz abwirft. Tipp, ist dir ein Kampf zu anspruchsvoll, ändere die Kampfgeschwindigkeit im Menü. Okay, erinnert mich gerade so dezent an Devil May Cry 4, wo wir auch so ein Brettspiel hatten. Ah, ich glaube, ich verstehe das Prinzip. Ich kann nur eine 2 würfeln und kann dann nur mit der Hilfe von Karten meine Wurfpunkte erhöhen. Und, ähm, ne, also ich meine hier, Dicey hat ja nur das Privileg, entweder eine 1 oder eine 2 zu würfeln. Deswegen kriegen wir auch immer nur 1, ne, hier oben in der Ecke 1 oder 2 Punkte. Und ich habe dann praktisch nur die Möglichkeit, mit dieser einen Karte den Punkt um 1 auf 3 zu erhöhen. Und wenn Dicey dann noch mehr Punkte zusätzlich kriegt, kann ich dann irgendwann auch eine 3, eine 4 oder eine 5 würfeln. Langsam, glaube ich, checke ich, wie das funktioniert. So, beschwört einen Vogel. Spielen, anpinnen. Ähm, ähm, äh, ich, äh, ja, ich, ich gönne mal mal das da. Wo ist dieser Vogel? Ja! Nein! Blöde Kuh! War das nicht mal... Blöde Kuh! Lass mich! Na gut, immerhin habe ich einen Eimer getroffen. Haha. Äh, guck den da da. Da haben wir jetzt eine 3. So. Wo sind die Kackviecher? Ist da. Ah. 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 Blup, 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 blup. Ähm. Ähm, ja. Oh, mich hat's das diesmal auch getroffen. Weg mit dir. Oh, Alter, da kommt was Neues. Ah, der schießt. Ah, da haben wir den Bogen. Ich gönne mir den Bogen. Ah, da haben wir den Bogen. All has appeared. Go! Los geht's! Wer will win the game? We shall soon find out. Get him dicey! Sollte mal häufiger würfen, glaube ich. Äh... Nein! Das da! Gleich geschafft! Ra-da-da-da-da! Ra-da-da-da-da-da! Komm schon! Aufsammeln! Geil! Wow! Autsch! Jawohl! Geschafft! Ach... Schachmatt! Errungenschaft! Oh... 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 Spielleiter! Wenn eine Spielfigur vorhanden ist, bewegt sie sich um ein weiteres Spielfeld. Ziehe dann eine neue Karte. Okay... Okay! Klick, 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 klick! So, jetzt gucken wir nochmal. Hier ist noch irgendwas. Oh, hier haben wir eine Kvest. Oh... 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 Da oben! Oh... Wir sind schon bei 35 Minuten. Ähm... Wir machen gleich weiter, ne? Bis gleich! Bye! Bis dann! Dramatische Musik